Ein Volkswagen Golf ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem grauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 145.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2012. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Panoramadach, Navigationssystem und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 140 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,6 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017